5, 4, 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Vielen herzlichen Dank allen, die an den erfolgreichen Tag des SCA an der SwissBot 2020 beigetragen haben, unseren Referenten und Podiumsteilnehmern, unseren Moderatoren und natürlich auch Ihnen als Besucher. Ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen an der nächsten SwissBot 2022.